Vertrauen Sie mir Dr. Greta und Dr. Edward für die Menge Hilfe. Woher haben wir die Eterne für? Das sollte nicht Ihre Sorge sein. Sie müssen lieber rechtzeitig zu Ihrem Probe essen. Ich schulde Ihnen was. Nein. Alles gut. Gut gemacht. Danke, Leute. Ich habe einen Weg. Ich muss zur Therapie. Ich muss mich für die Hauptzeitkarte fahren. Natürlich. Du bist der Freund vom Wasp, der jetzt sofort klar ist, dass Ryan auch heiraten will. Was? Willst du sich irgendjemand außer mir für diese arme, ermordete Frau? Hey. Hey. Hey.